sorgt was sie auf den Brötchen schmieren das gibt's nicht also müssen sie selber sehen wie sie kommen wir haben nur Butter und Marmelade und Salz das war die Situation heute früh furcht hier aber Marmelade in verschiedenen Formen so ist es ja nett Schlimm 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 ich sag's ja das Problem ist wir haben Mietkursen für Fahrzeuge im Tag 35.000 ja das ist doch gut ja du musst erstmal 35.000 einnehmen beziehungsweise da waren folgendes also gestern mal sogar 45.000 also ich muss sagen die Spurreißer die funktionieren richtig gut das kann sein muss aber nicht da fahre ich viel mit Innenansicht dann ist doch gut hm wenn Murdoch zufrieden ist sind wir alle zufrieden genau na gut ich will dich jetzt nicht mit einer gewissen Person vergleichen aber aber wenn diese Frau zufrieden ist ganze Unternehmen glücklich der hat zwar nichts zu sagen aber ist eine etwas ältere Frau sie geht nächstes Jahr in Rente das ist unsere Mutti die gute Seele im Haus in der Abteilung würde gesagt ja erstellen nicht ihre Brille verlegt oder ihr Telefon so wie das halt ist bitte redest nennen wir sie doch einfach Dirk danke mein Schatz Dirk Dirk was wir brauchen einen imaginären mitspieler nennen wir ihn doch einfach Dirk hab uns eine Spielanleitung ok Dirk was dat war Dirk super kommt Freude auf Bei Dirk? Weil der Abend war Weihnachtsfeier und ich war nicht eingeladen. Ne, du bist auch auf uns zu Weihnachten eingeladen und kommst auch nicht. Da hab ich ne Einladung. Aber das kann ich meiner Familie nicht an. Ja, 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 ja. Du willst doch nur den Zehn, gell? Der hat die Nase voll, äh, der hat keine Lust im Haus und er war da zu helfen. Ich muss eh nicht helfen. Ne, da bin ich nicht die ganze Zeit zurückgebracht. Da stand ich nur doof rum. Der Elektriker hatte nie Zeit und konnten wir nie arbeiten und es war grausam. Der Elektriker aus. Was drei Elektriker der Familie und Karl, der hat kümmern sich. Na, siehst du, wie es mir geht, ja. 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 Gut, was machen wir dann jetzt? Das weiter, Dirk? Keiner. Wir gehen pleite. Ja, das, ich glaube, sind auf dem besten Weg, Dirk, ja. Na ja, du könntest ja anders machen. Ich kann ja schaufeln und, äh, du kannst hier weitermachen. Bring nix, ich hab aufgehört, weil wir nur verlieren Geld. Okay. Es wird immer weniger. Da schaufeln wir uns unser eigenes Grab dann, wenn wir weiter schaufeln. Aber wieso, äh, verlieren wir jetzt Geld dann? Ja, weil Preise sinken. Es ist ja quasi auf dem Markt. Der ganz normale Preissegment. Wir haben jetzt viel schon davon eingebunden. Somit geht der Preis nach unten. Ach so. Ähm, ist das sozusagen auch das Futter, was wir für Kühe und so für anschaffen können? Ja, durchaus. Kann man es verwenden. Ähm, denn lass uns doch vielleicht, wenn wir Geld haben, zwei, drei Kühe kaufen. Du brauchst da aber mehr für Kühe, ja. Du brauchst da noch Ballen und Gras. Oder ein paar Hühner. Ja, Hühner bringen nix. Können wir Eier verkaufen. Ja, die bringen aber nix. Was ich heute auf Mod-Hoster gesehen habe, war so ein Forst-Anhänger, der aber automatisch die Bäume aufladen hat. Ja. An den habe ich schon grad früher auch gedacht, wenn wir uns den Mod holen, dann könnten wir ein bisschen Forst machen, dann würde das ein bisschen was bringen. Wobei es hat auch irgendwie doof ist mit denen dann wieder. Ja, weil, mit LS, mit der K-Steuerung sauber mit. Ja. So hätten wir halt unsere Geldprobleme gelöst. Es hat mal gedacht, dass man mit uns als Silo auch, aber... Ja, na, letztendlich machen wir es mit allen nicht. Wir müssen halt irgendwie wechseln. Wechselndes Güterspektrum. Ja, das ist das Problem, aber nur wie. Wie. Da sollten wir jetzt vielleicht auch nicht auf allen Feldern halt wieder Mais ansehen. Sondern ein bisschen Weizen oder Gerste oder Waps. Dass wir auch lieber etwas verschieden. Das hatten wir jetzt ganz hohe Nachfragen, was können wir uns leisten, wenn man jetzt Erbsen oder so, das ist ja nicht. Ja, das war. Bis wir dann wollen... Bis wir das wieder verkaufen können, dann wollen wir ja kein Schwein haben. Na, das sollst du das nicht. Die wollen ja auch noch das Beste vom Besten. Dann würde ich sagen, machen wir Feld 12 mit Raps und dann... Raps geht eigentlich immer gut. Oder Sojabohnen. Das kann man nicht ernten. Sojabohnen kann man nicht ernten. Wir können Mais pur verkaufen. Hau mal keine Erntemaschine. Achso. Wenn wir Mais, können wir doch so verkaufen. Ja, wir haben auch keine Erntemaschine. Müssen wir das dann anders ernten? Wir sind jetzt Erntemaschine schon, aber Arthas... Wenn wir uns normal verkaufen wollen, dürfen wir das nicht häxeln. Genau. Richtig. Du musst mit dem Mähdrescher und bei Mähdrescher passt das andere Dings drauf. Ja passt das natürlich. Du hast gesagt, das wäre alles kompatibel. Nicht von Häxler. Könntest du ja mal ausprobieren. Kann man mal testen. Nee, den von Häxler kannst du nicht anstellen. Ähm, du musst vorne die runden Kegel haben. Das Schneidwerk. Naja, es gibt nur Runde, so wie der Häxler da auch. Ja, aber hier schneidest du zu doll. Das ist, äh, das ist verkehrt. Wenn wir mal sehen, was das Spiel dazu sagt. Das Spiel ist der Realitätsbeweis. Hehehe. Hehehe. Wenn es anhängen geht, dann... geht's. Das ist jetzt kein aktuelles Schicksal. Ja, dann wissen wir, ob die das richtig gemodert haben. Darauf geachtet haben. So. Mal für'n Anhängepunkt hier. Und dann schaut's anders aus. Finde ich gespannt, ob das geht. Ne, wir sind da nicht anhängen. Da brauch' man da geschneit. Ob wir die Investition tätigen wollen oder nicht. Wird sein nicht, oder? Die Fall ist halt, was wir halt nicht wirklich bedenken, ist, wir haben jetzt gerade keine Hinterzahlen, ist, wie viel kommt denn raus? Ein Liter pro Hektar. Weil jetzt Zahlen fehlen. Das könntest du mal arrangieren, das wird das hier irgendwo niedergeschrieben sein. Das wäre somit dann, oder gleich eine Anzeige noch daneben, du kriegst so viel Euro pro Hektar. Weiter, weiter, weiter. Aktuell, ja. Ja, interessant als einfach für den Auskriegprojekt, dann kannst du sagen, bei dem Feld kriegst du so viel raus, fertig. Ja, dann kannst du sagen, so viel krieg ich raus und dafür kostet es momentan, also. Weil die Feldzahlen haben wir ja schon, das ist ja nicht. Da braucht man nur noch was rauskriegt. Ja. Ich bin so fertig, komm mal durch. Du, 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 du. Weil, wie geht das hier richtig wirtschaftlich an? Wir sind hier beim Wirtschaftssimulator. Was ist das? Nein, das ganze Spiel sieht es ja auch irgendwie wirtschaftlich. Okay, ich habe 30 Minuten. Das ist nicht cool. Ich mache mal 90 Minuten, oder? Wie viel haben wir denn jetzt? 86. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Ach, bin ich müde, ey. Müde? Ja. Du musst halt schlafen. Äh, veröffentlichen wir morgen Video oder nicht? Nee, morgen nicht gehört. Morgen kommt... Faktorium. Oder? Faktorium. Ja, morgen kommt Faktorium. Passt, dann habe ich morgen noch Zeit. Weil, heute... Ja. Na, erst am 1. Dezember. Stimmt, da war was. Wir können jetzt davon reden, weil das ist alles in der Zukunft. Ja. Aber in der Zukunft der Zukunft. Wir reden von der Zukunft in der Vergangenheit. Ja, eigentlich nicht in der Zukunft, aber wenn man das wie man sieht, ist es in der Vergangenheit. Das ist meine, in der Zukunft. Von der Vergangenheit. Was er für mal Auto will oder dem backen, weil eingescheidert. Vollen wir noch mit 5 km? Das ist mein Auto. Wie er sich wieder denkt. Ja. Immer steht das Auto auf dem gleichen Platz. Wie? Wie? Das wird wirklich, dass das Ding zurückgefetzt wird, weil... der wird nicht sauber er hat laufen zu bett also meistens auch bald fertig gut ich aber sagen was das mit der aufnahme zwischen jetzt ja das sehen wir uns in der nächsten wieder also die die städte tschüss Leute